Hier finde ich ein bisschen schade, dass es keine richtig coolen... Ach, hör aufzulabern. Dass es hier überall nicht so geile Schatzkisten gibt. Wer hat das dann abgesegnet? Das haben ja die Jedi, also die Republik hat das ja. Abgesegnet ist ja eine Republikschöpfung. Alter, erweist mir etwas Respekt. Respekt. Vielleicht hat du Respekt, Junge. Respekt. R.E.F.E.C.T. And what it's gonna mean to me. R.E.F.E.C.T. Stirbwächter des Todes aus der Hölle. Ich will looten. Achso, ich kann das Ding auseinanderbauen. Cool. Moment. Hammergeil. Ich muss den anderen nochmal auseinandernehmen. Ich sehe eine Truhe. Ah ne, Entschuldigung. War keine. Von Marco, hau rein. Take him auseinander. Auseinander. Dahinten war kein Roboter mehr, wo wir herkamen, ne? Ne. Schade aber auch. Nope. Hey, da sind auch drei Spackis. Auf sie. Wir schreckt also vor nichts zurück. Ah. Ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass ihr ein Bauch dieses Schiffes kommen würdet. Oh. Wer hat denn gepult? Domi? Ne. Guck mal, seine Ads kommen gar nicht mit. Ich? Ich nicht. Ich schwörs. Achso. Okay, das glaub ich dir jetzt umso weniger. Ich weiß nur, dass... Nein, ich schwörs wirklich nicht. Ah, okay. Jetzt sag nur, der der Pult und der nicht der Tank ist, der ich bin, wird sterben. Ach. Weil ich schwörs mich dann um seinen Pullen nicht mehr kümmern. Oh, du hast gepult? Dann gehen sie mal zu, wie du damit klarkommst. Hart aber fair. Angriff. Aber schön ist doch, dass der Buss nur auf Marcel losgeht. Doch. Nein, ich hab noch keine, keine, meine Tank, äh, also Haltung quasi nicht. Hier mein Gaszylinder. Ich hab nur den Brennstoffzylinder, um Schaden zu machen. Und Marcel kann ja in der Theorie auch tanken. Und da er ein Nahkämpfer ist, denke ich mal, dass der Boss da eher Bock drauf hat. Bam. Ach, fuck you. Brauchst du das, Dom? Ja, das brauch ich. Ach, scheiße, du trägst auch Messer. Hehehe. 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 Fuck you. Hehehe. Ey, nicht für René oder mich, ey. Kannst du kein Ball geben. Jetzt hat's Domi. Ja, den, äh, den geb ich schwere Rostung. Ah, stimmt, der hat die schwere. Schon gut. Wuuu. Ah, ich mag die, äh. Die. Die. Black Talon. Ich will mal Brantal Star sagen. Eigentlich müsste das Ding Brantal Star heißen. Wir greifen doch die Brantal Star an. Wenn ich nur noch mal Brantal Star sage, geht mir ganz schön... Die Luft aus. Aber Brantal Star klingt halt nicht ganz so cool wie Black Talon. Ja. Ne, SLS klingt auch scheiße. Brantal Star. Aber nur ein bisschen. Brantal da, ne? Ich hasse euch beigens. Ich will halt auch mal was haben. Aber gut, bei meinem Glück droppt der Endpost denn was für mich. Ist irgendwie immer so. Also ein WoW. Wahrscheinlich. Bei meinem Tor kann ich das jetzt noch nicht behaupten. Wahrscheinlich. Also ich wüsste es jetzt nicht. Wir werden es sehen. So, Domi drückt am, drückt seine Knöp, Knöpchen. Machen die aufhackern. Du bist ja unser. Du bist ja der vom Geheimdienst. Also Hack auch gefälligst. Ja, ja. Echt mal. Warum steht da jetzt eine Laterne, die vorher nicht da war? Bei mir ist da gerade eine Laterne gespawnt. Warte, ich pull die nur schnell her. Kämpfen wir aber gegen den Robo. Okay, dann halt nicht. Dann kämpfen wir alleine gegen den Robo. Muss ja nicht auseinanderrollen. Wuuu. 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 Leid voll lahm. Ich bin der Philipp. Stürb Yogi. Oh level up. Oh yeah. Gates het. Schanko denn. Marco holt den. Oh. Oh yeah. Das ist ja nicht so. Wuuu. Wuuu. Linie man ist halt alleine so schwer ich glaube Marco sieht gut aus fehlt nur einer? Achso, da drüben so Piu, mal wo ist er? Ah, schon gut der hat voll das süße Gesicht für den Roboter, für den Killerroboter er sieht halt aus wie so ein kleiner Mongo er sieht halt aus wie vom Kopf her so ein bisschen wie, nicht Warnie aber wie so aus so einem Pixar- oder Disney-Film, so ein Roboter also unten rechts das Porträt sieht so aus er sieht aus wie von Ratchet und Clank, der Kleine Stimmt, das geht auch das würde auch passen ich hab grad so ein Cartoon-Film im Kopf aber welcher, keine Ahnung entweder bei meinem Glück irgendwas, das keine Sau kennt nur ich wieder, weil ich total auf Trashfilme stehe oder den wo, wo jeder, wo jeder mich, äh, Disney bin ich nicht so der Ober-Fan von das ist ja jetzt natürlich René ich guck grad, ob ich's brauche, das war ein Witz loote schneller, Junge ey, den kann ich nicht aus, dem Boss hier, wo irgendwelche Epics rauskommen würden Schweinerei so so, beim Endboss kommt dann nochmal ein Blaster, sagt er jetzt loot, 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 loot Blaster The Blast of Us, verstehst du? Boah, Alter Blast of Us Blaster hat genacht Na komm, mach Bump Piu Also Blaster in diesem Spiel ist irgendwie voll cool einfach rumpiu-piuen ist einfach irgendwie, irgendwie, ein cooles Hobby den Piu-Piu-Man zu machen Sind wir schon mal im Endboss? Ja, ne Äh Was bin ich hier hinter der Tür? Ja, vor allem Wie? Es Es Wie ihr Wie? Aber bevor wir die Pullen Müssen wir uns vorher nochmal umdrehen Häkchen Komm, macht auch ein Häkchen Boah, drei hübsche Häkchens Ja Gutes deutsches März Ls Ich kenn's Ich kenn's Warum hast du eigentlich so schwule Tattoos im Gesicht? Das waren die hübschsten, die ich finden konnte Ach, müssen die Tattoos haben? Ja Ich kenn ihre Stimme War das Sakura? Wir haben den Babo bei Der lasert uns die Tür auf Ich stelle mich meinem Schicksal Geht jetzt mein Freund Ist das Sakura? Nee, ne Ich glaub nicht Doch Ich bin Yadira Bahn Padawan des Jedi Ordens Meine Aufgabe ist es den General zu beschützen Aber sehr nah dran Aber ich kenn die Stimme trotzdem Hat aber so ein bisschen was von Sakura Vielleicht auch weil sie rosa nicht Haare hat Schade, dass du jetzt sterben wirst Gib auf Gib mir was ich will Dann lass ich dir schmerzen Ihre Neonröhre flackert Das kann ich nicht tun Ein Jedi mal lässt niemals unkürtige in den Händen des Bösen Ich habe sogar vor euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss Wir sind drei, du bist einer Aber theoretisch können sie uns lockern Obwohl wir sind ja auch ein Kopfkettiger und Agenten Komm ich bin jetzt total Schade Hätte mal meins gewonnen Hättet ihr euch wieder richtig aufgeregt Ich muss euch nur besiegen Ich wollte mit dir reden Ja ich auch Aber früher hast du dich doch immer aufgeregt Wenn ich mit einem reden wollte So einen Moment bevor ihr pullt Ich bin ja jetzt auch lieb, verstehst du? Ja 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 Stimmt wir hatten ja schon mal geteilt Wo ihr beide böse und ich nur gut war Und ich gefühlt immer gewonnen habe Warum sind die eigentlich k-k-k-k-k-k Tankst du keine Sau brauche Hier ist ein Feuertank Da locke ich die doch mal hin Auch sie Sie könnt fortlaufen oder einfach hier bleiben Komm Bitch Aber weiter lasse ich euch nicht Voll gemacht Ihr werdet nicht gewinnen Das schwöre ich euch Verdammt die haben genervt Marcel hätte jetzt eigentlich sterben müssen Nach alter Taktik Domi du erinnerst dich oder? Ah Ich hab schon drauf gewartet Drei Zwei Ach fuck Also Marcel zur Info Früher Hat die dich mit diesem Schlag gekillt Wenn du nicht weggerannt bist Ja Das ist ne Boss Taktik Wenn du irgendwas nicht einhältst Wirst du drauf gehen Das ist ja der Punkt Das ist ja der Punkt Ihr werdet nicht gewinnen Das schwöre ich euch Huuu Ich bin ganz schön überhitzt Deswegen ist man auch so warm Also in game und in real life In game ist ja auch warm In game ist ja auch warm In game ist ja auch warm Mein charakter ist überhitzt Meine ressource ist Hitze Nur dass sie sich aufbaut Anstatt sich abzubauen Boah macht ihr die Beine breit Oh oh Ey geil nur das Gewehr Boah ey dumm ich hasse dich wie die best Kann einer von euch Epics benutzen Ich glaub dafür Kann einer von euch Epics benutzen Kann einer von euch Epics benutzen Nope Du mich doch auch nicht wa Ne Nimm du es trotzdem mal Und pack es mal auf deine Bank Vielleicht kaufe ich mir das irgendwann mal Naja oder wenn Naja also Das ist das einzige Was sich wirklich lohnt Weil wenn du Level 50 Oder 55 bist Kannst du es auch gut gebrauchen Hier ist Laser Aber mein Hauptcharakter Das aber ich glaub Er kann sie anlegen Aber er kann sie nicht Ne er kann sie ausziehen Aber er kann sie danach Nicht mehr anlegen Was er jetzt grad an hat Das heißt sobald er seine Rüstung ablegt Wird sie ihm sofort zu klein Das wäre ja voll gemein Das war ein richtig geiler Rein Bam Die sind voll die Rappers Hahahaha Vor allem habe ich Äh Unabsichtlich gerhymt Ich auch Aber dann absichtlich Ihr könnt die Waffen weglassen Ich werde nicht fliehen Außerdem bezweifle ich Dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe Ohne meine Eingeweide zu verlieren Ach kein Ding Wir tragen sie dir nach Hm Ich könnte dafür sorgen Dass ihr eure Eingeweide bei mir habt Ganz schönes Arschloch Ich brauche euch nicht lebendig Ihre Stimme kenne ich auch Hahahaha Ich war General im imperialen Militärdienst Oh Domi, du hast einen Platz für dich frei gewonnen Haben sie euch das gesagt als sie euch hier erzählt? Wir haben geheimdienst nicht im Militärdienst Der ist doch auch Militär Ich hoffe die Republik zahlt auch gut genug dafür Oh yeah, das fand Marco wieder geil Wenn ihr wüsstet was ich weiß Würdet ihr verschwinden Wenn ihr hören würdet was beide Seiten beabsichtigen Würdet auch ihr keine neuen Wir sind keine reichen Adeligen wie die Sith Ihr seid ja quasi der Adel im Imperium Schilder die ganze Planeten abschließen Raketen die die Sonnen verdunkeln Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten Zivilisation Ach das kommt doch gar nicht vom Erst vom fünften Film oder vierten Film Versteht ihr Welten vernichten Raumkrieg gesehen hat Und es gibt kein zurück mehr Der sogenannte Friede ist bereits verloren Wenn das stimmt Wieso dann zur Republik überlaufen? Es gibt keinen Platz mehr für mich innerhalb des Imperiums Mein letzter Beitrag kann daher nur sein das Gleichgewicht herzustellen Oh Gott voll der Jedi Spacken Gleichgewicht Es scheint jetzt wohl belanglos zu sein Boom Ja Wir haben gar kein Schiff Du lügst ja Marcel Das Landungsschiff gehört mir Erstmal elektiert Ich falle für den Rest meines Lebens In einer Zelle sitze Aber da es auch keinen Ort in der Galaxis gibt Wo ich mich verstecken könnte Die Videodatei die gerade geschrieben wird Hat höhere FPS als das Spiel Ganz schön interessant Hammer geil Wurgen gerade mit 63 FPS geschrieben Obwohl ich nur 59 hatte Dann los geht's Los geht's Ab nach Hause Ja Juhu Es gibt Essen Es wird kalt Halt 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 Halt